ja servus leutz und herzlich willkommen ja wir haben dienstag und ich heiße euch von unter einem schlepper aus will kommen ja bekannter aus dem dorf guter bekannte von mir der hat ein ford 3000 unter dem liege ich hier gerade und der hatte tüv prüfung nicht bei uns sondern der hat selber tüv gemacht ja und hat leider gottes feststellen müssen funktioniert das bremslicht nicht jetzt hat er raus zu uns gestellt das bremslicht geht nicht aber der bremslicht schalter kann es nicht sein der ist neu funktioniert naja ich habe gesagt das ist der bremslicht schalter das ganze habe jetzt durch geprüft ich habe hier unten einfach mal kabel geprüft ich liege jetzt drunter das grüne hier das ist masse geht zu die blinker hinten hat zwei kammer leuchten und das ist plus das kommt von der batterie quasi beziehungsweise das ist also wie gesagt das ist das plus so und das ist der bremslicht schalter der war hier oben rein schraubt und wenn du aufs pedal sagt dann zieht es den hier unten so raus ja und dann fließt quasi hier drinnen der strom so der sinn und zweck von dem schalter ja und das tut er eben nicht ich habe jetzt nämlich einfach mal gebrückt gehabt habe hier draht dazwischen gezwickt und schon leuchten die zwei blinker leuchten hinten sowie beim kl 300 geht wunderbar schließt es aber an der schalter an passiert gar nichts und jetzt baue ich den schalter aus und dann gucken wir mal woran es liegen könnte und dann werden wir sehen den bremslicht schalter habe ich ausgebaut dieser hella bremslicht schalter ja und gerade an der batterie unten geprüft einfach mit der einen seite aufs batterie plus die andere seite an einer prüflampe ran und aufs batterie minus und dann am schalter durchprobiert ja der geht nicht mehr geht sporadisch da geht er da geht er nicht dann fängt es ein wenig das wackeln an dann flirrt die lampe bloß ja ist er auf alle fälle kaputt zwei jahre drin fuji entweder feuchtigkeit reinkommen oder wer weiß der geht auf alle fälle nicht mehr haben wir gerade einen neuen noch bestellt bei uns drin einen grünbuch den hole ich morgen nach der arbeit ab ja dann baue ich ihn dann rein und dann kann es ein Bulldogler haben ja das ist wie gesagt ein Ford 3000 von Bekannten so sieht das Bulldogler aus der wird schon einige stunden runter mit einer neuen Fritzmeierkabine drauf eigentlich muss ganz so schick ist schaut vielleicht ein wenig komisch aus aber ja doch ist guter Wetterschutz schönes Schlepperchen schön klein mit hydraulischer Lenkung nachgerüstet auch was tolles ja lässt sich doch schöner leichter lenken ja und innen her Kabine geht über die Motorhaube beziehungsweise über den Armaturenträger ein bisschen raus so schaut es aus sehr amerikanischer Stil muss man sagen also wenn man ein Dacho so sieht kommt man sich vor wie so einem amerikanischen Lkw oder Auto hat irgendwie was schaut auch nicht schlecht aus ja ist auf alle Fälle ein schönes Fahrzeug Tja mit ein paar einzelne WWchen aber so ist es halt nun mal Tja wie gesagt da habe ich mir jetzt eine neue Bremslichtschalter bestellt auch wieder so ein der kommt dann bloß rein und gut ist die Sache dann sollte das wieder funktionieren und dann kann ich ihn morgen wieder holen Tja hat ein gutes Stückchen hier ja der hat halt gefragt ob ich es noch machen kann ob ich einmal drüber gucken kann ich habe ja auch ein paar Pulte selber jetzt schon rumgeschraubt gehabt dann habe ich gesagt nein ich suche Bremslichtschalter ne der kann es nicht sein der ist neu das ist der nicht ne ich gucke doch die Schau halt einmal und naja der ist es auf alle Fälle na sei es wie es sei machen wir das neue und dann geht der wieder auf alle Fälle ein schönes Fahrzeug sowas könnte mir auch gefallen mal gucken soviel dazu so Leute wie ihr zu unserem Problem geht Fahrt 3000 wir haben jetzt mittlerweile Mittwoch ich habe heute mein Futter geholt gehabt schon aussortiert ich habe jetzt alle gemacht und ich habe heute den bestellten Schalter abgeholt ist genau dasselbe bau gleich wieder wird unten angeschraubt Bremspedal wird hier eingehängt und dann sieht man quasi dann sieht man hier oben fährt der Stift runter schaltet innen den Schalter und dann habe ich Durchgang ja den baue ich jetzt ein das ist ja schön abgebildet falls man es auf der Kamera überhaupt erkennt ja beim runterziehen schaltet er durch ja und den bauen wir jetzt schnell ein und dann gucken wir mal ob die Sache wieder geht erstmal den alten Schalter zerlegen da brauche ich die Schräubler wieder mit denen der fest war weil das ist so ein Silbe geschusterte Adapterplatte da unten drin so jetzt mein Spezialwerkzeug weil wir stehen hier oben und nicht unten an der Halle ich habe doch mal ich habe doch mal ich habe doch mal wofür das billige Ding doch alles gut ist wofür das billige Ding doch alles gut ist Oh zack 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 alte Defekte Schelde neue intakte Schelde Okay. Das war's. Das gefällt mir nicht, da mache ich alle Endhülsen drauf, da sieht die Sache schon viel eleganter aus. Das gefällt mir nicht, da mache ich alle Endhülsen drauf. Das gefällt mir nicht, da mache ich alle Endhülsen drauf. Und ein bisschen unterm Schlepper hier rumkrabbeln. Ich liege ja im grünen Gras, dann ist das ja nicht schlimm. Da sterbt mir nicht davon. So. So. Der muss rum rein. Jetzt hier acht noch unten. Wo war denn der? Eigentlich wäre es ja gescheiter, wenn er da her sitzt. Da steht eh noch rein. Hier so rein hypothetisch. Dann macht man ein wenig kaputt. Ja. Ich warte mal rum. Dann ist noch eine Federlatze lang. So. So. Ein paar Minuten gefriemelt später. Der Bremslichtschalter ist jetzt eingebaut. Und ich habe auch gleich den Fehler gefunden, warum der kaputt gegangen ist. Das hat nämlich einen ganz einfachen, tollen, lustigen Grund. Ich gehe jetzt mal mit euch unter den Bulldog und zeige euch das. So. Also. Da sitzt der jetzt. Der schöne Bremslichtschalter. Das wird sauber verschraubt auf dieser Adapterplatte. Ja. Und vorher war der Schalter in die andere Richtung gedreht. Die Kappe nach hinten. Und ja. Dann ist quasi der Schalter direkt hier, also diese Nase, über dem Pedal gewesen. Das heißt, die Feder hat am Pedal oben einen Knick nach innen gemacht. Und immer beim Rundeziehen hat es dann den ganzen Schalter so richtig oben verbogen innen her. Gehe ich davon aus, ist der Kontakt innen kaputt gegangen. Ich habe jetzt den Schalter rumgedreht. Jetzt geht er quasi hier runter. Und wenn ich jetzt das Pedal betätigen tue, dann zieht es ihn nur gerade runter. Und der entlastet dann auch schön. Ich hoffe, man erkennt überhaupt was, dass es nicht schon wieder zu dunkel ist. So. Und das Ganze müsste jetzt eigentlich auch funktionieren. Das können wir noch prüfen. Meine Stecker sind auch ein ziemlicher Push eigentlich. Naja. Dann machen wir mal die Zündung ein. Zack. Und treten mal das Pedal. Und. Oh Wunder, oh Wunder. Wir haben wieder Saft. Leuchtet wieder was. Ja, also wie ich schon gesagt habe. Bremslichtschalter kaputt. Eigentlich eine relativ zügige Sache. Wenn man weiß, wo man suchen muss und wie. Und. Ja. Jetzt funktioniert es wieder. Ich bin blöd zum Nachkommen. Und. Und. ganz so popeln. Da wäre es wieder schön, wenn so ein Ding auf die Hebelbühne gehen würde. Einfach mal schnell hoch gucken und unten drunter gearbeitet wäre bequemer. Aber. Es funktioniert auch so. Man kommt ja runter. Angebaut ist es. Jetzt kann ich noch anrufen. Der kann ihn wieder holen. Kann ihn wieder haben. Und dann. Der Schalter hat jetzt 16 Euro gekostet. Und dann. Ja. So eine kleine Hilfeleistung. Wie gesagt. Ich habe ja gesagt. Ich habe daheim schon irgendwas geschraubt. Ich kann es mal probieren. Ich kann auch mal gucken, ob ich was finde. Und. Ja. Kein großer Ab gewesen. Passt wieder. Kann er nicht wieder haben. Kann er wieder damit fahren. Und kommt auch wieder sauber durch den Tuch durch. Ohne dass wieder was bemängelt wird. Ja. Gut so. Er kommt schon. Ich bin dringend nach dem Teller. Ich bin dringend nach oben. Ich bin dringend nach oben. Das habe ich mir gerade gespierd. Und wenn ich mir alles festgelegt habe, Ich bin dringend da. Ich bin dringend 80, oder? Ich bin dringend nach oben. Ich bin dringend. Ich bin dringend, Ich bin dringend auf. Manya Ausatmung. Ein dringend nach oben. Das wäre gut. Dann wäre gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 aus. Irgendwann kann die Kanne Nähstoffe mehr finden und dann ist mal Rebo Plus aus. So ist zumindest hinter der ganzen Sache das Ziel. Deswegen mache ich das mit dem Schälen. Ich hoffe, ich habe es jetzt ein für alle Mal klargestellt, weil immer wieder diese blöde Behauptung kommt, ja warum machst du das so und ist doch voll bescheuert und man tut immer erst grubbern und dann ackern. Und wenn jetzt noch mal einer kommt, warum kaufst du dir keine Gänsefußschare für dein Kökerling Grupper? Ganz einfach, Gänsefußschare auf dem Grupper, habe ich ausgerechnet, liege ich bei knapp 1000 Euro. Wieso soll ich hergehen und für 1000 Euro Schare kaufen, wenn ich für das ganze Getreide da unten 1300 Euro gekriegt habe? Ja, so wenig Getreide oder so viel kriegst du für das Getreide. 1300 Euro für 8,8 Tonnen. Ich habe erst überlegt, ob ich es überhaupt noch mal dazu sage, aber warum eigentlich nicht? Weil es immer heißt, mehr Landwirte verdienen uns ja dumm und deppert mit unserer Arbeit und wir können ja so oft in Urlaub fahren. Von wegen 8,86 Tonnen, 1300 Euro. Das ist der Lohn. Davon ziehe ich jetzt da noch ab, was ich da unten an Zeit nahe gesteckt habe und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da übrig bleibt. Es ist nicht viel, es bleibt ein Plus, ist klar, aber es ist definitiv nicht viel. Und ja, wie gesagt, bei dem Betrag, den ich verdient habe, gehe ich nicht her und kaufe 1000 Euro dann Gänsefußschare. Ich habe diese Eiche-Pflüge da unten stehen. Ich habe die beide günstig gekriegt. Okay, die könnte ich jetzt auch wieder sagen, ziehe ich ab, aber nein, die wollte ich unbedingt schon, weil ich selber eine Freude daran habe und weil mir das Spaß macht. Ich habe jetzt aktuell sechs Stunden Zeit da unten auf dem Acker verbracht. Ich habe da unten auf dem Acker 30 Liter Sprit verbraucht und habe bislang 2,31 Hektar abgeschält. So. Und jetzt soll eine humane Kummer und soll sagen, ich soll grubbern, weil mit dem IHC für dieselbe Fläche da unten brauche ich zum Grubbern circa vier Stunden. Ähm, habe dann aber, ich sage einmal, ein Drittel von den Disteln vielleicht wirklich bekämpft. Und ja, habe mit Sicherheit das doppelte Handsprit rausgefahren. Die IHC hat einen größeren Motor. Der IHC ist leistungsstärker und schwerer. Der braucht eindeutig auch mehr Sprit. Es ist einfach so nun mal, er fährt ein Haufen Gewicht mit sich rum. Der kleine Grame, der braucht weniger Sprit, weil er einfach leichter ist. Und fürs Schälen, das ist kein großer Kraftaufwand in dem Sinne. So viel Boden muss der nicht umwenden. Von daher lasse ich das jetzt einmal einfach so in den Raum gestellt. Mag jetzt da eine denken, ja, das ist doch Blödsinn und das bringt ja überhaupt nichts. Ähm, wie gesagt, ich mache die Landwirtschaft im Nebenerwerb, beziehungsweise mir macht das auch Freude, ob ihr das jetzt so hören wollt oder nicht und ob mich jetzt da jemand für einen Spinner hält oder nicht, wenn ich dann untergehe und schäle das mit so einem kleinen Zweischarflug ab. Ja, da gibt es Leute, die sagen dann, haha, was soll denn das sein? Nostalgiefilm oder was? Ist mir scheißegal. Ich probiere es auf meine Art und Weise. Ein anderer geht her, der kauft sich jetzt Spritzmittel und fährt dann mit Spritzen unten auf. Ich will das nicht versuchen, habe ich keine Lust dazu. Ich versuche das auf meine Art und Weise. Wenn es klappt, ist recht. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. So, wie gesagt, ich lasse das jetzt mal so in den Raum gestellt. Mögen die Leute denken über mich, was sie wollen, das ist mir wurscht. Ähm, wollte ich jetzt einfach nochmal gesagt haben und ja, die Wasserkübel sind jetzt soweit voll. Ich mache jetzt dann Feierabend, muss das Video noch schneiden. Ich wünsche euch jetzt allen ein schönes Wochenende und man hört sich nächste Woche wieder. Bis dahin, vielleicht auch schon am Samstag, falls ich wieder einen Stream mache. Ich wünsche euch was. Servus. Achja, Moment. Und bevor ich es vergiss, ja, weil es auch immer wieder heißt, warum nimmst du nicht einfach den IH-10 mit dem Kronepflug? Du hättest 1,20 m Schnittbreite. Richtig. Aber warum nehme ich den nicht? Der Kronepflug ist kein Schnellpflug. Das ist ein richtiger, großer, schwerer Pflug. Der ist zum Ackern gedacht. Dieser Pflug lässt sich schlecht einstellen zum Abschellen auf 7 cm. Das kannst du mit dem vergessen. Da ist er absolut ungeeignet. Da springt er aus der Furche. Da hält der einfach nicht. Der arbeitet am besten auf 25 bis 30 cm Arbeitstiefe. Warum acker ich nicht im Herbst? Ganz einfach. Der Pflug wird eingesetzt, wenn er gebraucht wird. Zum Beispiel nach Stilllegung zum Umbruch. Oder wenn du Grünland umbrechen müsstest, dann braucht man einen Pflug. Aber nicht zum Stoppelsturz und schon gar nicht, wenn es nicht sein muss. Normalerweise bearbeitet man immer die oberste Schicht. So funktioniert das normalerweise. Ich will ein Humus aufbauen obendrauf auf dem Feld, der Nähstoffe hat und ich will den toten Boden von unten rausholen. Das wollte ich jetzt noch gesagt haben und jetzt wünsche ich euch was. Servus.